yo was geht youtube aus hier am start wir spielen eine runde rocket leech mit mike servus nicht wundern ich spiel jetzt wieder zum allerersten mal rocket leech bitte nicht in den kommentaren flame wie scheiß ich bin danke so ich habe gehört wir machen jetzt easy blood oder was wir machen jetzt easy fetcher aus ungefähr nächstes spiel beginnt also in 30 sekunden auch gut jetzt geht los jungs und er war mir alles klar dass ich hier schon wieder sehe ich vorbeikommen auf ost so es haben wir nie in der britte heute werden auf jeden fall noch wenn ich mich irre noch vier boxing school videos erscheinen und nicht zu vergessen dieses video wenn ihr mehr von rock der rocken liebsten wollt dann lasst einfach mal ein leichter oder kommit und dann wird natürlich auch mehr der rock die schauspringen wahrscheinlich sind auch öfters der meister bei es wäre langsam aber cool wenn wir mal wirklich eine runde finden ansonsten machen wir einen cut und sehen wir uns gleich wieder so da sind wir wieder wir haben endlich eine runde gefunden wir sind schon richtig gehypt hype 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 und so jawoll der hyperbase du fährst ja du fährst doch nicht ich sag du fährst weil du warst eigentlich am besten er habe gesagt du fährst okay sorry da war ich gerade ein bisschen brain abkauft kein problem ja boi 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 ich spring vorbei grüße gehen an der stelle raus ja boi ich muss echt mal wieder klarkommen was ich hier mache ja boi ich spring gegen die wand ja boi ja boi wenn wir in der wache ich kackt wer komplett ja guck scheiße ja 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 dann Ah, die haben die Sound scantet, kann das sein? Von dem, oder was? Jaja Keine Ahnung, du hast dich vorher angeklungen und Der klang vorher überbeschissen Zum Beispiel ein anderes Auto nicht das Das Auto ist, habe ich das Gefühl, übelbelastend Alles schlechter geworden, kann das sein? Ja Das Auto war früher das beste Auto Das hängt dann nicht mit den Autos zusammen, das heißt Du hast davon auch... Ach Scheiße Und du spürst Oh weg, oh weg, oh weg Fuck Der bin nur auf den Block gefallen Oh nein halt Aber das ist nicht das... Aber das Auto passt nicht zu mir Ja Wie lange bist du schon, kann man kettlich? Ja Zwei Jahre? Ja eben Spielst du mit fokussierter Kamera auf den Ball, oder? Drei Abwechslend Wenn ich boost hole, dann hole ich die Ballcam außer Scheers Dann hole ich die Ballcam wieder rein Je nach wie ich gefühl halt, ne? Ja Wenn ich seh wie die fliegen, oder? Ja Boah Ja Ich spiel auch wieder Let's go boi Keine Fett, auch gut. Ah, hab ich nicht erwischt, auch gut. Oh Gott, sag mal, der Hinnige hat Frisch ihren Pesen. Mit dem Auto kann ich überhaupt nicht draufhangen. Sorry. Alles gut. Watch out. Oh Gott. 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 weit unten jetzt rückblatt spülen t bitte durch ja du musst rondolieren ja was für eine parade aber das war jetzt schon wieder belastend oh mein gott oh wo will denn hin ich treffe ihn nicht ja 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 Ich bin in der Mitte. Schön. Oh, ich bin daneben. Wie ist das belastend? Sorry, ich hätte nicht zuwürfen dürfen. Oh. Oh, fuck. Warum fährt der da außer? Ja, guck mal, wie anlage das jetzt wieder war. Warum fährt der da außer außen da? Ich weiß nicht. Ich habe nicht. Oh. Ah. Gute. Oh. 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 rückwärts geblockt, wichser no, nicht du ja, ich hab's nicht ja, ich hab's nicht ja, ich hab's nicht Du Nudella Da kommt man dich Nein Können wir jetzt die Knölle endlich mal zurückkriegen Ich hab kein Bus mehr Ich hab mehr gekickt Das ist doch jetzt so schlecht Schatz Ah verschnitten Schön Oh Nee Den hab ich nicht gekriegt Gibt's doch nicht ha Das Thema ist wie ich spreche hier gerade kaum zur Aufnahme Aber nur weiß keine Nee zu hoch Fuck Schön Ich wollte den 2 Ich wollte den 2 Ich wollte den 3 nicht blocken Ja das ist echt Unlucky dass wir die Kugel nicht rein Ich bin der da ruck Pass auf Die lecken nicht rein Machen die Kacke rein Gibt's doch nicht ha Ey das ist doch nicht wahr Boah Ah wie sich jeder hier am konzentrieren ist Nein Ich glaube nicht Boah ich krieg auch nicht mit 2 Und ich fahr wieder zurück Und ich fahr wieder zurück Ich fahr wieder zurück Fast 5 Minuten noch Spielzeit Alter was geht Ah Unfall Nein ich krieg nicht Fick damit Oh zu regierung Fick damit Fick damit Da Ihnen Werden Du Spiff da Das ist es na das war zu früh das war zu spät er ist doch einfach fliegen müssen ist echt anlack hier alter das ist ja mega anlage denke dass da die eigentlich geblockt richtig anlage ich will gar nicht wissen wie lange die aufnahme wird und wieder zurück pingpong ist ein scheiß dagegen in einer und wieder ein Tore in der Maus abkriegen schade in der Maus abkriegen da sechs Minuten aufschnittsetten ist das zu weh kann er zeigen wir sehen uns im nächsten Match weil nach diesem Match hängen wir jetzt noch einer dran egal wie lang die Aufnahme wird so Jungs wir sind schon dabei ich habe gerade vergessen wieder auf den Aufnahmeknopf zu drücken man kennt ihn aber ist noch nicht so viel vergangen deswegen alles schnell und gut und ich treffe ihn mit meinem linken Rad ja moin euer moin und der ist groß er bedenkt dass er rückwärts spielt und der ist ja schon Wow. Wow. Und er aufklickt ehrlich ja wenn wir das so jetzt vergesst ich bin Oh, toll it. Wow. 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 Oh, t'es craigna. Not fun. Okay. Wow. 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 Laca. Hay Gott. Fein gepinnt. war die letzte runde von rocket league ich hoffe es hat euch gefallen wir sehen uns auf jeden fall nächstes mal wieder vielleicht wieder bei boxing school oder bei rocket league